Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, wir sind hier gerade beim Juan Miró Museum hier in Palma. Da werden wir jetzt gleich mal reingehen. Juan Miró ist ein Künstler hier von Mallorca. Der ist 1893 in Barcelona geboren und in der Mitte, in den 1950er Jahren, ist er dann hier nach Mallorca gezogen und hat dann eben auch hier gewohnt und hier dann eben gearbeitet. Und hier ist eben jetzt ein Museum von ihm, wo man eben seine ganzen Kunstwerke jetzt sehen kann und da gehen wir dann jetzt mal rein. guck. Mischerleck Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020